So, wie sich eigentlich die Welt entwickelt, ist Migration im Normalfall, das heißt Menschen werden von A nach B gehen, Güter, Daten transferieren sich von A nach B, auch viele Menschen reisen schon, aber es ist eigentlich nicht im richtigen Verhältnis, also es werden noch viel mehr Menschen sozusagen in der Welt woanders leben, mal ein Jahr, mal drei Jahre dort vielleicht den Kontinent wechseln. Es wird eher zum Normalfall, glaube ich, und da müssen wir einfach lernen, souveräner mit den ganzen Kulturen und den Dingen, die in der Welt so passieren, umzugehen und das wird wichtig sein. Also es ist quasi nur ein Vorgeschmack darauf, was eigentlich passieren wird, glaube ich. So, wie Sie sagen, können Sie sich in der Welt leben. Vielen Dank.